Na? Na? Ey, da ist noch Armdrücken. Komm, wir gehen Armdrücken. Bruder, kommt hier mit. Lass mal Armdrücken gehen. Komm, da ist noch dieses Armdrückenzeichen. Nee, die Kops machen noch sowieso. Bruder, Armdrücken. Komm. Lass mal erstmal hier quatschen nehmen. Ja komm, wir können bald quatschen, wenn du auch verlierst. Safe gibt's auch wieder solche Tricks und so. Wer kauft sich? Bei mir ist hier nichts. Also bei mir ist... Weil ich kann machen, wenn ich will, ja? Ich seh gar nichts, ja? Warte, ich mach. Okay. Nein, jetzt macht der. Warte, 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 warte. Wie geht das jetzt nochmal? Weiß es nicht. Warte, warte. Lass erstmal gucken. Wie machst du? Mit A und D Muskel. A und D Muskel zusammen? Zusammen oder separat so? Naja... So rechts und links tippen, rechts und links. So musst du machen? Ja komm, so, so. Okay. Alles klar. Drei, zwei, eins, los! Wow, wow! Neiii! Gumm! Neiii! Komm, komm, komm! Jaaa! Junge! Du hast ja gar keine Kontrolle mehr. Du kriegst ja voll die gebrochene Finger halt. Digga! Ich hab wohl zu mir. Ja, hast du gemacht? Hast du Rechts-Lins-Kombination gemacht? Oder hast du... Haben deine Jungs auf uns geschossen? Hä? Warum haben diese komischen Jungs da von euch geschossen? Oder waren das gar keine von euch? Doch, der war von uns, aber der hat zu viel Scheiße gebaut, ja? Was ist denn mit dem, Alter? Naja, hab ich mit dem auch dann gestern. Der sollte heute eigentlich kommen, aber... Der zieht so Angler ab und so. Boah! Naja, ich hab das. Der zieht so Angler ab, dann... Dann will der so einen von uns am Automaten abziehen, Alter. Der so kippt Geld, oder kriegst Schuss. Der so bumm! Naja, wir haben eiskalt gesagt. Ich und Alex haben das entschieden. Ohne irgendwie zu überlegen, dass wir den Kollegen raushauen, ja? Ich will, Alter. Ich pack den auf jeden Fall noch, ja? Ja, könnt ihr machen, ja? Sagst du, ich will auch nochmal gegen dich machen? Boah, ich kann nicht mehr, Alter. Ich will auch, Alter. Warum kann ich das nicht machen? Wieso könnt ihr das, ja? Ey, warte mal, warte mal. Neneene, nene, 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 mein Freund. Nene, 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 so geht das nicht, Alter. Warte. Oh. Wollt los. Hä? Ich komm noch nicht mal... Hä? Komm, Sascha, komm, Sascha. Was? Nene, 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 mein Freund. Doch, doch, doch. Okay, komm. Ich will mal gegen dich machen. Ey, was, Alter? Ich weiß noch, wo ich am Anfang stand und jeden fertig gemacht habe. Warum geht das jetzt nicht mehr, Alter? Jetzt, Bruder, jetzt. Los, Taxi, komm, ich will gegen dich machen. Ey, irgendjemand hat mich gefesselt, Bruder. Jetzt. Ah. Irgendjemand von euch hat mich gecarried. Was? Naja, der, der muss das glaube ich machen hier, oder? Oder von vorne. Ne? Ja. Ja, ne, Alter. Machst du mit Pech gehabt, ne? Boah, Junge, Alter. Ich kann nicht mehr. Ey, ich glaub, du hast mich gefesselt, ne? Fuck. Mit irgendwas hast du mich gefesselt, ne? Doch, doch. Ich kann nicht fesseln. Oder warst du das? Vielleicht wäre ich das. Ja, warst du. Okay, komm. Komm, Safi, Alter. Ey, ich kann nicht mehr, Alter. Komm. Alter, fuck. Boah, Junge, Alter. Geh, mach mal. Ach, ich kann nicht mehr. Ey. Ja, Alter. Schmutz, ihr seid am Betrügen, Alter. Was ist denn jetzt mit dem Kollegen? Ey, Taxi, funk mal durch. Mit welchen? Äh, irgendeiner von euch wollte den, äh, Skyline haben gegen den RS7, ja? Ey, wer wollte von uns den Skyline gegen den RS7 haben? Der mit weißer, mit weißer Rasterlocken, ja? Ja. Komma, ja, okay. Der holt Kopf, attack. Okay. Oh. Äh, muss ich, äh, Soldat 2? Was? Zwei Kopfverträge holen? Ja, ich brauch zwei. Ja, zwei Kopfverträge. Hä? Drückst du A und D oder drückst du nur einen? Ich drück alle beide. Drückst du permanent oder drückst, machst du, ähm... So richtig triggern, so. Ja, ja, okay. Ja, mann, so. Aber immer A und D abwechselnd. Ja, ja. Und, das ist ein Schlösschen. Ach, was, Alter! Oh, ich hab meinen ersten Elektrifischanfall bekommen heute. Ja, das ist ein Schlösschen. Oh. Ja, ich bin hartnäckig. Oh, fuck. ja jetzt ist vorbei mein freund sicher das war wenn ich meine käppi umdreht dann ist das so wie wenn ich einen motor vom truck starte mein freund verstehste was 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 ja das kann auch sein ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr drücken halt das war richtig wie krampf in dem finger so kommt wer will wer hat das was gekriegt oft genug er kommt kollege kommen du mal von neuer komm du mal kannst du kannst erkannt kommt die gruppe sind pisser mit dem heli am hauptplatz alter das ist lust das ist so eine richtige szene von rockingball boah junge aufer sind top alter und danach kann ich nicht mehr ich schwöre ich krieg volle krimpfe in der finger alter kann man eigentlich den helikopter unterboden reinmachen nee du kannst ihn auf jeden fall bei bennys tun das weiß ich ja das ist noch einer mit so komischen handschuhen an Achso, das ist er. Man, ich kann es immer noch nicht machen. Das war Rekordzeit. Wie macht man das überhaupt? A und D Muskel. Ab und zu Spam, ja? So durcheinander Spam. A, D, A, D, A, D, A, D, weißt du immer so. Was muss ich jetzt drücken? E Muskel. Hey, bei mir geht nicht. Ja okay, dann bist du nicht der einzige Alex, bei dem das nicht geht. Man, ja Junge, ich will das auch machen. Das geht nicht. Aber wir sind hier auch nicht. Aber meinst du das geht nur hier, oder meinst du das geht überall nicht an jeden Tisch? Kein, das geht auch nicht. Nein, das geht an vielen, ja? Das geht überall wo so ein Arm ist, Bruder, ja? Okay. Aber es ist halt bei mir kein Arm. Ja, bei mir ist auch nur ein Arm. Ja, bist du nicht. Warte mal, ich guck mal, Alter. Kein Plan. Also bei mir sind mehrere Arme auf der, auf der Karte, ja? Warte. Sag dir das sofort. Komm, Angelo, komm nochmal, komm komm. Du kämpfst um deinen nächsten Aufstieg, komm Neuer, komm. Du kämpfst dann, du kämpfst jetzt hier und jetzt um die Königin, um die goldene Kette, okay, oder? Ey, Jungs, es gibt doch, Alter, es sind 16 Arme auf der Karte. Boah, du bist hartnäckig, du bist hartnäckig. Ah ja. Du bist hartnäckig, oh, Junge. Wieso? Welcher? Doch, doch. Boah, du bist hartnäckig, Alter. Du bist hartnäckig, Alter. Junge, du sitzt bestimmt wie ich da, du sitzt bestimmt wie ich da, Alter. Voll den Krabb in den Fingern. Hör doch auf! Hör doch auf! Hör doch auf! Hör doch auf! Guck mal, was ist das Finger, Alter. Schon schief. Ey, ich schwör, ich konnte einfach nicht mehr tippeln, Alter, ich schwör.